Leute, bevor das Video losgeht, zum Update wollte ich euch noch sagen, werde ich einige Google Play und iTunes Karten verlosen. Ihr seht, ich habe hier gerade 5x 15 Euro Google Play und 5x 15 Euro iTunes Karten. Leute, wie ihr daran teilnehmen könnt, ist sehr simpel. Macht ein Video, wie ihr den neuen Brawl Pass mit meinem Creator Code kauft, beziehungsweise ich werde zwei separate Gewinnspiele machen. Ein Gewinnspiel werde ich machen für die Leute, die sich den neuen Brawl Pass mit meinem Creator Code kaufen und das andere Gewinnspiel werde ich machen für die Leute, die sich allgemein Sachen mit meinem Creator Code kaufen, mit Juwelen. Und ganz wichtig Leute, macht auf jeden Fall ein Video auf TikTok, beziehungsweise postet es mit Hashtag CC Landi. Dann kann ich mir die Clips auch anschauen und damit habt ihr auch die Möglichkeit, bei dem Gewinnspiel teilzunehmen. Ich wünsche euch allen viel Glück und ansonsten viel Spaß jetzt mit dem Video. Nihau meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, ihr seht am Titel oder am Farb, ne, heute werden wir den Skin von 8bit freischalten. Es sind nur noch 13 Games und ja, in dem Video werde ich euch heute das letzte Game dafür zeigen. Mit mir dabei ist auch der Lukas, der gerade am Livestreamen ist. Und ich hab mir gedacht, wir spielen heute mit Lukas zusammen die letzten Games. Und tatsächlich bin ich der erste deutsche YouTuber, der diesen Skin freischaltet, Leute. Deswegen lasst auf jeden Fall unbedingt schon mal einen Daumen nach oben. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, wir sind kurz vor den 200.000 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn ihr mal ein kostenloses Abo da lasst und die Glocke aktiviert, um nichts weiteres zu verpassen. Hier gibt's jeden Tag ein Video, jeden Tag ein Stream. Und denkt daran, Leute, ich mach momentan ein Giveaway. Gerne im Shop Creator Code und Andi. Gerne jetzt auch auf Instagram markieren. Denn ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und Jakob, das ist so, I need five more games. Oh, bei mir ist es das letzte Game. Sumsar, Sumsar, das ist ein gutes Team. Das ist ein gutes Team. Mit Sumsar spiele ich so oft in Power League und auch so oft gegen ihn. Wie ist das früher anders, weil ich kenne ihn nicht? Nee, ich glaube nicht schon immer so. Ich glaube, ich spiele Tick, oder? Tick, Ember spielen wir. Äh, ja, Tick oder Ember. Ja, Pläder ist Tick, Ember spielen. Ich spiele mehr Em's auch ganz unten. Okay, ich spiele... Soll ich... Wen soll ich nehmen? Ember auch wieder. Ich spiele für Spielgefühl den ganzen Tag nur Ember einfach. Ja. Puh, let's go, let's go, let's go. Wie brauchst du noch danach? Äh, ich brauche fünf Games. Nach dem noch, oder mit dem? Äh, mit dem. Also, danach noch vier. Ja, ist gar nicht mehr so viel. Naja. Soll ich eins nehmen? Ich glaube, das wäre hier immer eins. Ne, ne. Ich denke, es ist auch so frei. Ja, ja. Nimm halt eins, ja. Ja, er ist gut. Wir haben eigentlich eine bessere Combo. Jesse wäre auch noch gut. Ja? Achso, Jesse, stimmt. Jesse, ja. Ja. Ja, ich helfe dir ja mit. Ich kann gut hier halten, Gegenteile. Geh du, ähm, Mitte gleich. Mhm. Soll ich davor. Nee, Lev, 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 du sollst Mitte gehen. Leute, wo geht's denn? Ich kann nicht gegen. Nee. Ja, Volika, das meinte, ich geh gleich. Mhm. Ich hab mal eine Zone geholt. Oh, nein. Hm, genau, jetzt holst du mich. Was soll ich jetzt machen, soll ich verteidigen oben? Ja, nee, nee, ich geh, ich geh auch. Oh, einer muss den Scher... Da magst du auch da oben? Ja, ich geh runter. Lol. Wir sind jetzt alle oben einfach. Nee, Tf. Ja. Hast du mal, wir brauchen einen Roti. Warte, vielleicht können wir auch holen. Ja, wenn du, wenn du tötest. Ja, wir holen auf, wir holen auf. Bleib Mitte, bleib Mitte. Pass auf. Let's go, Leute. Lol. Wichtig für den Confident. Wichtig. Sehr, sehr nice. Ist gut. Du hast sehr, sehr gut gespielt. Kannst du gleich wieder Mitte? Ja, ja, ja. Ich glaube, Tick-Pick war sehr schwer. Ja, ja, ich versuche dir zu helfen, aber... Oh, der ulti war auch nicht. Passt, ich hab Worte. Okay, die Tara macht dieses Mal ein bisschen schlauer. Sehr, sehr nice. Ich hab Max getötet. Nee, jetzt kommt der Fad. Okay, ich komm, ich komm. Ah, der holt mich jetzt die ganze Zeit weg. Leider, die Tara. Ja, ja, ich versuche dir zu... Oh. Ja, unser Schatten da. Ja. Ja, dieser Schatten ist wirklich zu krass. Geh nur hoch. Leften, ich versuche mit Lukas hochzukommen. Ich schmeiß ein paar Bomben nach oben. Sehr, sehr schön, Jungs. Ja. War die eine gemacht. Jump hoch, jump hoch, jump hoch. Death jump, 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 jump. Oh. Alles gut, alles gut. Oh, lol. Das ist so close. Come on. Alles gut, Jungs. Alles gut. Wir machen das. Last game. Ja, ich hab ein bisschen Probleme mit Max. Oh, Mann. Ja, ja, du gehst, du musst runter. Ich geh bitte. Nice. Sieht gut aus bei mir. Ja. Komm, die helfen. Ja, jetzt ist kleiner down. Bist du zweit nach oben. Ja, Mitte und unten. Ja. Guck mal, das. Ja, ja, ich hab's geholt. Let's go. Oh. Noll. Ein Prozent. Spring einfach, spring einfach, spring einfach. Nimm den Jumper und spring hoch. Oh. Let's go, Leute. Und das ist das letzte Game für mich gewesen. Sehr, sehr nah. Sie sehen, die war... Oh. Let's go. Alter, mythisch 3, das gibt gut plus. Ah. Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich mich freuen soll, weil jetzt kann ich mir den Skin kaufen. Oh, Videos 25 darunter Star-Punkte. Ah, ich hab nur noch 654 darunter. Ja, das ist natürlich sehr wenig Landi. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gönnen die Nutz. Let's go, Leute. Oh Mann, Leute. Wie gesagt, lasst gerne mal ein Like da, auf Ehre. Ja. 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 Vielen Dank.